Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem Facebook-Chat heute aus dem Karl-Liebknecht-Haus hier in Berlin, einen Tag vor der Bundestagswahl. Bei uns im Wahlquartier der Linken ist jetzt Stefan Liebig, Bundestagsabgeordneter und Direktkandidat im Wahlkreis Prenzlauer Berg, Pankow, Weißensee. Herzlich willkommen. Ich bin Anja Krüger, ich bin Redakteurin von Disput, der Mitgliederzeitung der Linken. Ihr könnt jetzt auf Facebook Fragen stellen an Stefan und die wird er dann gleich beantworten. Vorab, Stefan, die Stimmung in Berlin ist sehr gut, auch in deinem Wahlkreis ist die Stimmung sehr gut. Was sind da die großen Themen? Also in der Tat, wir haben bei den Infoständen sehr, sehr positive Reaktionen. Ich war gerade eben wieder im Prenzlauer Berg. Viele Leute haben gesagt, wir wählen Sie, wir drücken Ihnen die Daumen. Das macht natürlich gute Laune. Die Themen bei mir im Wahlkreis sind ganz klar zwei. Zum einen ist das der Flughafen Tegel. Viele, viele Menschen in Berlin sind betroffen von dem Krach, von dem Schmutz, auch von der Gefahr, die von Tegel ausgeht. 300.000 Menschen in Prenzlauer Berg, in Mitte, in Spandau, in Reineckendorf, die wollen, dass der Flughafen endlich geschlossen wird. Das will ich auch. Und das zweite Thema ist das Thema Mietenentwicklung. Gerade in Prenzlauer Berg sind die Mieten explodiert. Für Leute mit einem normalen Einkommen ist es fast unmöglich, in Berlin eine schöne Wohnung zu finden. Da muss etwas gemacht werden und da haben wir als Linke auch Vorschläge. Noch mal zu Tegel. Da gibt es ja am Sonntag auch eine Abstimmung in Berlin. Wie ist da deine Empfehlung? Ich möchte, dass man ganz klar mit Nein stimmt. Das Nein bedeutet nämlich tatsächlich ein Ja, weil in Tegel etwas entstehen soll. Dort soll die Beuth-Hochschule angesiedelt werden. Übrigens ist das die Schule, an der ich auch studiert habe. Dann soll die Feuerwehrakademie dorthin kommen. Ganz, ganz viele Wohnungen. Und übrigens der zweitgrößte Park Berlins. Das sind alles wunderbare Sachen. Also Ja zu Tegel und Nein zu der Abstimmung, die die FDP beantragt hat. Okay, jetzt haben wir hier unsere erste Frage, auch direkt aus dem Wahlkreis, von Caro Lienchen. Was werden Sie tun, um die grüne Lunge in Berlin-Blankenburg-Malchow zu erhalten? Sie sagt, Wohnraum ist ein ganz wichtiges Thema. Aber dafür die Natur zu zerstören, ja, ist so eine Sache. Naja, der Druck nimmt hier schon massiv zu. Wir haben einen Zuzug jedes Jahr. Zehntausende Menschen kommen nach Berlin. Und das ist auch gut. Ich freue mich darüber. Denn es gibt viele Bundestagswahlkreise von Kollegen, wo immer noch das Gegenteil der Fall ist. Wo Leute wegziehen, wo Wohnungen abgerissen werden müssen. Insofern ist es schön, dass Leute zu uns kommen. Das führt natürlich auch zu Herausforderungen. Die Leute wollen hier wohnen. Die brauchen Kindertagesstätten, Seniorenfreizeiteinrichtungen, kulturelle Einrichtungen. Und dafür brauchen wir Platz. Und deshalb gibt es die Diskussion nicht nur in Malchow, nicht nur in Blankenburg, sondern an ganz, ganz vielen Ecken unseres Bezirks. Die Lösung, die unser Bezirksbürgermeister Sören Benn, der übrigens von der Linkspartei ist und zusammen mit dem Berliner Senat, dem rot-rot-grünen Senat arbeitet, ist die, wir müssen gute Kompromisse finden. Jeder, der mich fragt, soll man jetzt eine Mauer um Berlin bauen, sollen wir sagen, bleibt alle weg, dem muss ich sagen, nein, das werde ich nicht tun. Ich freue mich, dass Leute zu uns kommen. Aber was wir brauchen, sind ausreichend bezahlbare Sozialwohnungen an Orten, wo das auch verkraftbar ist. Und da geht es zum einen um Verdichtung in der Innenstadt. Das ist auch nicht einfach. Auch da sprechen mich Leute an und sagen, sie sind froh über die großen Höfe und möchten nicht, dass sie noch weiter zugebaut werden. Aber da geht es eben auch um die Erschließung neuer Flächen. Das geht nur im Dialog mit den Bürgern. Es kann sein, dass am Schluss nicht alle glücklich sind. Aber ich glaube, da finden wir gute Lösungen. Im Bundestag ist einer deiner Schwerpunkte die Außenpolitik. Was machst du da genau? Ich bin Obmann unserer Fraktion im Auswärtigen Ausschuss. Obmann ist nicht leicht verständlich. Wir haben vier Leute im Auswärtigen Ausschuss. Einer muss da den Hut aufhaben und das bin ich. Wir haben auch einige Fragen zur Außenpolitik. Wir haben zum Beispiel hier eine Frage zur NATO von Andrea Kundinger. Wie steht ihr zur NATO? Sie sagt, gerade in Zeiten zunehmendem Nationalismus ist ein Verteidigungsbündnis wichtig. Ich würde dazu Ja und Nein sagen. Natürlich muss man in Zeiten von Nationalismus auch gemeinsame Bündnisse haben. Ich denke, das wichtigste Bündnis, was wir auf der Welt haben, ist die UNO. Es ist gut, dass es die UNO gibt. Ich sehe mit großen Sorgen, dass jemand wie Donald Trump die UNO gefährdet mit seinen Plänen. Ich finde auch ein gutes Bündnis, die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Eigentlich wollte man im Jahr 1990, dass man gemeinsam für Sicherheit auf unserem Kontinent sorgt. Und jetzt zur NATO. Die NATO finde ich nun wirklich nicht so gut. Die ist übrig geblieben im Kalten Krieg. Als der Warschauer Vertrag sich aufgelöst hat, hätte man auch die NATO auflösen sollen. Und genau das ist auch unsere Forderung. Wir wollen die NATO auflösen und ersetzen durch ein gemeinsames Sicherheitsbündnis. Das wäre aus meiner Sicht die OSZE und eben nicht die NATO. Dann gibt es eine weitere Frage zur Außenpolitik von Baha Agar. Was haltet ihr vom Syrien-Konflikt? Ja, das ist eine Tragödie, die sich dort abspielt. Seit mehr als fünf Jahren sterben dort Hunderttausende Menschen. Millionen Menschen müssen fliehen. Und das Ganze findet statt auf einem Territorium, wo vier von fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats militärisch tätig sind. Das muss beendet werden. Mit Bomben schafft man keinen Frieden. Das gilt für Russland. Das gilt für die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das gilt auch für die Bundesrepublik Deutschland. Denn auch Deutschland ist an diesem Krieg beteiligt. Deutschland versucht, den islamischen Staat in einer Allianz zu bekämpfen, die nicht auf Basis eines Beschlusses des UN-Sicherheitsrats agiert. Das heißt, aus unserer Sicht verstößt die Bundeswehr dort gegen das Völkerrecht. Das ist nicht akzeptabel. Was man machen muss, ist, dass alle die, die dort Interessen haben, sich an einen Tisch setzen. Iran, Saudi-Arabien, Russland, die Vereinigten Staaten von Amerika, die Regierung Syriens und die Opposition Syriens. Und dann einen Plan für die Zukunft von Syrien entwickeln. Das ist nicht einfach, aber es ist möglich und es ist auf jeden Fall besser als das Morden und Töten, was dort jeden Tag stattfindet. Uns folgen auch Trolls. Ausnahmsweise wollen wir mal einen zu Wort kommen lassen. Da sagen wir den Namen aber nicht. Der fragt nämlich, weshalb seid ihr für Islamisten? Das ist natürlich Unsinn. Wir sind nicht für Islamisten. Islamisten sind Leute, die versuchen, ihre seltsame Vorstellung von einer Religion mit Gewalt umzusetzen. Das ist Quatsch. Da sind wir gegen, da kämpfen wir gegen, wie gegen jede Form von Extremismus. Was wir aber tun, ist tatsächlich dafür einzutreten, dass alle Religionen gleichberechtigt behandelt werden. Das heißt, in Deutschland gibt es viele Menschen, die gar nicht religiös sind. Es gibt viele Menschen, die Christen sind. Es gibt Juden und es gibt auch ganz viele Muslime. Und das ist für uns tatsächlich kein Problem. Wir wollen ein friedliches Nebeneinander und Miteinander der Religion. Und dazu gehört auch der Islam, aber eben nicht der Islamismus. Jetzt machen wir einen großen Sprung und kommen zum Thema Alleinerziehende. Jacqueline Chantal Müller möchte wissen, wie will die Linke Alleinerziehende besteuern? Weiterhin wie Singlehaushalte? Was wir tun wollen, ist, dass jeder, der 1.050 Euro im Monat verdient oder weniger, gar keine Steuern mehr bezahlen muss. Wir wollen gerne, dass Alleinerziehende bessere Möglichkeiten haben zu arbeiten. Das heißt, sie sollen nicht in Teilzeit gezwungen werden, aber das Recht haben, da wo es sinnvoll ist, in Teilzeit zu gehen. Und was insbesondere wichtig ist in meinem Wahlkreis, insbesondere Prenzlauer Berg, wo viele Alleinerziehende leben, wir müssen darauf achten, dass die Mieten nicht unbezahlbar werden. Ich stand neulich am S-Bahnhof Pankow am frühen Morgen und da war eine Frau, die sagte, sie ist Krankenschwester. Sie arbeitet in einer Firma, die Arbeitskräfte verleiht, weil sie im Schichtdienst nicht arbeiten kann. Das ist ihre einzige Möglichkeit, weil sie eben alleinerziehend ist. Und sie hatte Tränen in den Augen, weil sie ihre Mieterhöhung nicht bezahlen kann. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen eine Mietpreisbremse, die funktioniert, damit Leute, gerade Alleinerziehende, nicht in die Armut getrieben werden. Denn es ist leider so, dass, es sind ja meist Frauen, dass Frauen, die Alleinerziehende sind, fast am stärksten von Armut bedroht sind. Und das haben wir im Blick und dagegen kämpfen wir. Nochmal ein großer Sprung. Stefanie Rau möchte wissen, wie steht ihr zum Fleischkonsum und zur Massentierhaltung? Ich glaube, dass Fleischkonsum ist, was jeder für sich individuell entscheiden muss. Ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die sehr engagiert für vegetarische und vegane Lebensweise kämpfen. Das finde ich auch okay. Aber ich verurteile niemanden, der auch Fleisch isst. Worauf man achten sollte, und das musste ich selber auch erst lernen, das muss ich tatsächlich zugeben, ist zu bedenken, was das für Konsequenzen hat für die Umwelt, für das Klima. Das ist schon wichtig, dass man bedenkt, jeden Tag Fleisch zu essen. Das kostet auch was, nicht nur uns selber, sondern auch die Welt. Und Massentierhaltung ist etwas, wo wir sagen, das ist nicht gut. Also wenn man tatsächlich Tiere, Lebewesen wie eine Industrie hält, das ist kein guter Umgang mit anderen Lebewesen. Das sollte so nicht sein. Und da kommt wieder eine Frage, die das Arm-Reich-Thema betrifft. Weil dann wird gesagt, ja, naja, die Wähler, die ganz viel Geld haben, dann wird gesagt, am Kollwitzplatz, die in so Läden gehen können, wo Fleisch und Brot exorbitante Summen kosten, für die ist das ja kein Problem. Aber was ist mit den Armen? Und da sage ich, wir müssen dafür sorgen, dass Arme nicht arm sind und nicht, dass Arme billiges Fleisch, was unter schrecklichen Bedingungen hergestellt wird, essen müssen. Diana Schwertner-Rieg möchte wissen, was würdet ihr mit den Milliardenüberschuss machen? Milliardenüberschuss, meint sie wahrscheinlich die Steuern? Würde ich jetzt mal vermuten. Wolfgang Schäuble setzt ja sehr auf die schwarze Null. Der sagt, wir dürfen nicht Schulden machen. Das finden wir nicht sinnvoll. Wir finden, dass man Mehreinnahmen, die der Staat erzielt und die ja ruhig in noch größerem Maße erzielen sollte, weil wir wollen ja bei denen, die viel Geld haben, noch mehr Steuern abholen, um das mal gleich klarzustellen. Viel bedeutet mehr als 7.000 Euro brutto im Monat. Das sind nicht so viele Leute, aber da kann man eine Menge Geld abholen. Das wollen wir investieren. Wir wollen das investieren zum Beispiel in eine Grundsicherungsrente, die 1.050 Euro beträgt, damit niemand weniger als 1.050 Euro hat. Oder auch für einen Ersatz des überkommenen Hartz-IV-Systems, wo man sagt, auch da soll niemand unter 1.050 Euro fallen. Wir wollen investieren in die Infrastruktur, in Schulen, in Kitas, in mehr Lehrer, in langfristige Beschäftigung auch an Universitäten. Dafür würden wir so einen Überschuss gerne nehmen. Eduard Heichel möchte wissen, was ist denn links an der Linken in zwei Sätzen? Das ist immer im Wahlkampf so beliebt. Sagt nur ein Wort oder sagt nur zwei Sätze. Also ich würde sagen, die Umverteilung, das ist das Entscheidende. Wir sind der Robin Hood. Wir nehmen es den Reichen, wir geben es den Armen. Und das macht uns zu einer linken Partei. Okay, das waren zwei Sätze mit vielen, vielen Kommas. Dann haben wir noch eine außenpolitische Frage von Markus Nöppel. Das Einzige, was mir noch unklar ist bei eurem Wahlprogramm, schreibt er, was soll weiterhin mit der Bundeswehr passieren? Ja, das ist deshalb unklar, weil viele denken, wir sind eine pazifistische Partei und wollen die Bundeswehr abschaffen. Das ist nicht so. Wir wünschen uns eine Welt ohne Armeen. Da sind wir aber leider noch nicht. Und so lange ist unsere Auffassung, dass die Bundeswehr als eine reine Verteidigungsarmee, wie sie im Grundgesetz auch vorgesehen ist, Bestand haben soll. Die muss dann auch vernünftig ausgestattet sein. Aber das ist es auch. Was wir nicht wollen, ist, dass jetzt massiv aufgerüstet wird, wie es Donald Trump sich von der Bundesregierung wünscht und wie es leider schon von der CDU, der CSU und der SPD zugesichert wurde. Da sagen wir ganz klar nein. Wir wollen keine Aufrüstung, sondern Abrüstung. Aber wir wollen die Bundeswehr auch nicht abschaffen. Sascha Hensch hat eine Frage zu Cannabis. Wie wird Cannabis als Medizin gesichert und wie sieht eine Liberalisierung aus? Es sind daher erste Schritte gemacht worden. Man kann im Moment tatsächlich, wenn man ein Schmerzpatient ist, Cannabis in der Apotheke kaufen. Aber es gibt Riesenprobleme dabei, dass man die Kosten dafür auch von einer Krankenkasse zurückerhält. Und das trifft leider ganz viele Menschen. Die haben unfassbare Schmerzen. Die bekommen Drogen von ihren Ärzten verschrieben, die viel, viel schlimmer sind als Cannabis. Und wenn sie Cannabis kaufen, auf legalem Wege, dann haben sie Streit mit ihren Krankenkassen. Das muss dringend geändert werden. Wenn es eine Medizin ist, dann muss das auch ganz normal erstattet werden. Unsere vorletzte Frage, die kommt aus Düsseldorf, bezieht sich aber direkt auf deinen Wahlkampf. Und zwar schreibt Sascha Schlenzig. Hallo Stefan, wie kam eigentlich deine Maultaschenkampagne im Prenzlauer Berg an? Was ist denn die Maultaschenkampagne? Ja, wir haben in der Tat hier mit einem Augenzwinker eine eigene kleine Kampagne entwickelt. Es ist ja so, in den Prenzlauer Berg kommen viele Menschen. Und das Klischee ist, dass das alles Menschen aus Schwaben sind. In der Tat sind da einige aus Schwaben dabei, aber eben nicht nur. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben Plakate entwickelt, die auf Schwäbisch sind. Die wurden am Kollwitzplatz in Prenzlauer Berg, aber eben auch in Stuttgart aufgehängt. Und ich habe einen eigenen Werbespot gedreht, der auf Schwäbisch von unserem Parteivorsitzenden Bernd Rixinger synchronisiert wurde, damit jeder, der Schwabe ist, das auch ordentlich versteht. Das kam sehr gut an. Also die Leute haben sich gefreut, sie haben das Augenzwinkern dahinter erkannt. Denn im Kern geht es mir darum, dass wir offen sind für Leute, die zu uns kommen. Und ob das nun Schwaben sind oder Geflüchtete aus Eritrea, das ist mir herzlich egal. Ich freue mich über jeden, der zu uns kommt. Und so war das gedacht. Kann man diesen Spot noch irgendwo sehen? Absolut. Einfach den Hashtag Wolinksisch eingeben und dann wird man ihn finden. Ich habe auch eine eigene Internetseite www.wolinksisch.de. Schauen Sie sich das an, das ist, glaube ich, ganz gut. Und nun zu unserer letzten Frage. Was war deine schönste Erfahrung im Wahlkampf? Ich will da eine lustige Anekdote erzählen. Zumindest finde ich sie lustig. Ich stand dort mal wieder an einem der vielen, vielen Infostände. Das war das Fest an der Panke ganz in der Nähe von meinem Wahlkreisbüro. In Berlin-Pankow. Und dann kam ein Herr, wie so viele, im Wahlkampf und redete sehr ausführlich über ein tatsächlich eher schwer verständliches Problem. Und nachdem ich mir das freundlich nicken 20 Minuten angehört habe, sagt er, wieso tun Sie sich das eigentlich an, sich mein Gelaber hier die ganze Zeit mitzunehmen? Und das fand ich schon süß. Ich habe gesagt, naja, das ist Teil meines Jobs. Natürlich hören wir hier auch zu. Und das fand ich eigentlich ganz lustig. Sehr schön. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und nicht vergessen, morgen wählen gehen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.